hallo und willkommen zurück zu lego fortnight so ganz schön warm hier in der wüste ich muss mich abkühlen oder zumindest was zu essen ich dachte das funktioniert zumindest hier im schatten schon ne anscheinend ist es uns auch zu warm ich habe gerade keine verbindung sehe ich links brauche ich eigentlich auch gar nicht ich bin hier nicht im online spiel den sand klauen und sandpanzer haben wir noch gar nicht und vor allem müssen wir uns bis hin abkühlen oder regelmäßig fleisch essen das hilft beides so muss erst mal hier die richtige richtung wiederfinden das war die falsche das ist in richtung kühles kühles bio da wollen wir gar hin wir wollen weiter in die wüste vordringen na der kaktus hat da ein bisschen auf begehrt ist egal was sehe ich da einen sandpanzer mit bösartigem mob noch dran kommt ja einiges aus komm schon ich glaube ich brauch drei vier stück von dir so was haben wir denn mehr brauche ich aktuell nicht vielleicht esse ich mal das baguette dann ist schon mal hier bisschen was für die gesundheit getan ja ich dachte das bringt mehr bringt wunderbar das hat nur ein bisschen gebraucht dann kommt fleisch in die linke hand und sandpanzer wird aufgehoben so wie es sein soll so von dem braucht man jetzt allerdings noch ein paar exemplare wir gehen in uns unbekanntes gefilde das ist wunderbar chilis braucht man nicht mir ist schon warm genug so dann schauen wir mal die sandpanzer waren ja eigentlich relativ okay grad zu entdecken zumindest der eine vielleicht funktioniert von der luft besser kann jetzt nicht wirklich behaupten dass ich irgendwas gesehen habe während ich in der luft war liegt vielleicht nur an mir egal wir gehen mal hier in dieses schöne oder oben ist auch bärenstein dran ist mir immer noch warm schade dass das im schattigen bereich hier nicht funktioniert hat das war ein toller lichtübergang ja spiel ich weiß dass mir warm ist ich weiß auch dass es items dagegen gibt dann lass mich doch hier einfach immer mit fleisch meine gesundheit hoch heilen während ich verbrenne dass das ist ein spielstil das ist ein spielstil der mir auch gefällt kommt schon wo verstecken sich denn die sandpanzer waren doch echt nicht so schwer zu sehen vielleicht gibt es in dem gebiet gar nicht so viele vielleicht bin ich auch einfach nur blind wir werden es herausfinden wir werden auf jeden fall noch ein bisschen tiefer in die wüste vordringen obwohl es hier teilweise gar nicht so wüst aussieht schön bisschen grün bisschen oasig so ein kleiner teich hätte jetzt auch was und uns ist nicht mehr zu warm bin aber immer noch in der wüste wenn ich das richtig sehe passt ja so aber weit und breit keinen sandpanzer zu sehen oder ist ein skorpion wo ist meine begleiterin du sollst auch mit draufhauen deswegen habe ich dir das schwert geben stimmt die explodieren habe ich nicht mehr dran gedacht dann wollen wir mal ein bisschen fleisch essen das hielt die stimmung na wieso ist der denn explodiert da habe ich doch gar nichts gemacht was du das tabi das ist ja wunderbar so hähnchen sind da aber auch keine sandwölfe gesehen oder wie auch immer die heißen die brauchen wir auch wir brauchen deren schöne fangzene sieht das hier cool aus noch cooler natürlich wenn ich das sehen würde was ich denn eigentlich suche na gut springen wir uns mal nach oben da ist so ein vulkan ding auch nicht schlecht das braucht man irgendwann im moment noch nicht aber explosions kern was lasse ich denn dafür fallen auch vielleicht die federn explosions kern ist aktuell wertvoller würde ich sagen so und dann hier sobald wir ich schaue noch ein bisschen nach links da sehe ich auch nur hähnchen würden wir hähnchen brauchen wir die episode relativ kurz dann hätten wir ja schon alles was wir brauchen ein sandpanzer sehr schön schön draufhauen ganz viele brauche ich von ihr kann es ja auch mal einen zweiten fallen lassen auch sehr schön hey was ist automatisch aufgesammelt ja ich habe jetzt zumindest zwei das ist gar nicht so schlecht so dann ist da noch so ein explosions kern schlag mit drauf so diesmal nicht in die nähe gehen erst nicht explodiert ich dachte es gibt auch teile die noch explodieren außer den skorpionen und schnecken naja ist egal da oben gibt es bärenstein also falls die ressourcen werden auf jeden fall nicht ausgehen so sandpanzer 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 oder sandwolf das wäre auch komplett in ordnung da ist ja eine kleine siedlung so viele häuser habe ich glaube noch nie generiert auf einem haufen gesehen also sieht beeindruckend aus und schaut euch mal das bild an mit dem berg da hinten das ist einfach einfach ein cooler stil den das spiel hier hat nur etwas zu wenig sandwölfe die graswölfe greifen mich an wie doof wie blöd und hier finde ich nichts außer diese explosionsteile ich glaube da sehe ich wieder eins nein das war ein busch mit chilischoten ich sollte echt meine brille aufsetzen sehe ich ja gar nichts mehr heute so vielleicht haben wir da unten richtung strand kann niemals verkehrt sein das seien da ist wieder so ein blutrünstiger dino habe ich keine lust im moment drauf muss ich so weit rennen um mein inventar wieder zu kriegen hat das sieht ja auch richtig geil aus dahinten mit den inseln ich glaube wir können uns so ein luftballon als fortbewegungsmittel machen aber kann man auch boote machen ich meine ich kann die kann es zumindest nicht schwimmen aber ich könnte jetzt zumindest eine brücke dahin bauen kann ich hier meinen map marker hinsetzen da werde ich noch angegriffen von der schnecke von der unsichtbaren schnecke egal tabby hält mir den rücken frei ich würde gern map marker sitzen kann ich das marken 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 nicht vielleicht brauche dafür ein item ich habe es jetzt auf die schnelle nicht gefunden im inventar dann will ich uns mal nicht weiter aufhalten auch eine schöne blume hier na gut genug an blümchen gerochen jetzt sind wieder die sandpanzer dran schade keine kiste im moment aber wir werden schon was finden wir werden schon was finden da oben auch noch mal ein schöner schöner bärenstein noch ein explosions kern für uns von den teilen haben wir jetzt auf jeden fall genug okay explodiert nicht ich bin da gerade etwas nervös muss ich sagen da unten ist ein lager feuer bärenstein eine verlassene hütte vielleicht kann man die nacht darin verbringen ich habe noch nicht rausgefunden warum die leuchten also die leuchten irgendwie beim tag nacht wechsel aber warum habe ich noch nicht habe ich noch nicht verstanden ist das dann was besonderes was ist denn das ach sandpanzer hinter einem komisch aussehenden busch da soll es sich aber nicht verstecken au soll sich gar nicht verstecken er damit sehr schön so drei sandpanzer und fackeln sollte man mal wieder ausrüsten und da ist der mond oder die lego fortnight variante davon ja keine große truhe das ist aber schön kann ich die einfach kaputt machen und die ressourcen dann mitnehmen schauen wir mal wo ich habe keinen leeren slot sandwolf ich suche man doch die ganze zeit ruf noch paar artgenossen wir brauchen deine hauer ja plus vier sandklaue hat es gebracht das hat sich gelohnt der hatte ordentlich lange krallen konnten uns viel von abschneiden so ich wollte immer noch sehen spitzhacke raus abbauen abbauen null schaden das ist aber das ist aber schlecht für mich ich mache gern mehr schaden erst mal ein bisschen fleisch essen gegen die schlechte laune und gegen die niedrige gesundheit sehr schön so soll das sein so ich glaube klauen haben wir dann tatsächlich schon genug was bist du schubsaftbeere können wir gleich essen sind wir schneller hoffe ich zumindest finden wir vielleicht noch schneller einen sandpanzer obwohl ich glaube wir brauchen noch zwei drei stück das könnte ein bisschen dauern ich bestimmt du es gelätten im komischen piraten skelett sah von oben grad bis hin gruseliger aus als es dann tatsächlich war so noch eine schubsaftbeere das sieht aus wie ein dino dem will ich nicht bei dunkelheit begegnen und bei tageslicht am besten auch nicht so raus aus der wüste sind wir anscheinend das ist aber schade dann dreht mir wohl mal den rückweg an aber wieder durch die wüste auch vor uns ist ja alles wüst ich sehe schon die geysire die sprudeln voller vorfreude dass jeder wieder hin wie du bist noch da du bist bisschen langsamer als ich das irritiert nicht so normalerweise sind alle schneller als ich sandpanzer kommt hier so noch paar skelette sind da mein schwert wird aber auch nicht mehr viel aus da soll mit verschießt ihr denn so telly du haust mal drauf ich habe fast keine schwert kein schwert leben mehr schade dass ich dem schwert nicht ab und zu was für essen geben kann und dann würde es an gesundheit wieder zunehmen an an mich gesundheit lebensenergie nicht kaputtbarkeit grad das normale wort gerade nicht ein es war eine lange woche so da sind wir bei der riesigen siedlung die ich von weitem aus schon kommentiert habe hoffentlich kriegen wir da nicht so richtig schön aus moll das sind aber einige das sind aber einige die schaffen mit dem schwert nicht ich würde es normalerweise angehen aber nicht habe ich noch ein ersatzschwert ja na dann ausgerüstet und gib ihm ich bin ja so gut vorbereitet immer ein bisschen du fand kuchen gesicht ich wollte mal glaubt dass du bei mir ein ziehst so ihr seid ja eine ganze menge und wieso seid ihr alle so unfreundlich gut jetzt habe ich ein paar von euch vernichtet das kann ich dann verstehen aber nicht die skelette auch noch vielleicht hätte man das bei tag machen sollen vor allem wie ich die hier erwische ohne ohne irgendwas von fernkampf wert weiß ich auch nicht schlag doch nicht so fest zu so was haben wir denn hier das ist wieder glas brauche ich im moment nicht so das habe ich gemeint erstes schwert ist dahin und den unfreundlichen herrn hier oben den kriegt man auf jeden fall noch so eine goldene leuchtende truhe kann ich die ich nehme die einfach mal hier wird auch eine armbrust liegen aber ich glaube ich habe alle meine freige getroffen mein inventar ist voll weil aufheben schubsaftbeeren samen armbrust wer schießt denn da lass das mal und du auch etwas schießt denn mit spring feiern die sind ja klasse ach da bist du tschüss so jetzt haben wir mal ein bisschen ruhe und was ist das hier unten wolle leuchtet die gold oder bin ich durch den fackel scheinen jetzt komplett geblendet wir werden mal die milch verzieren ich wollte die fackel nicht werfen ich wollte die milch saufen ja jetzt ist es hier dicke wolle haben wir auch noch nicht hier mit der axt dicker woll fahren können wir machen interessant aber das hier sieht nach goldener wolle aus weg mit dem mail das ist nur gewöhnlich 9 tippe kommen mit wie stehst mir immer im weg nein wo ist das hin oder war das normale wollte ich glaube das war nur normale wolle die gold gewirkt hat weil ich sie eben mit der fackel angeleuchtet habe wir nehmen noch die schubsaft dinge mit und ansonsten sind wir hier glaubt schon fertig ja das ist die wolle die ich da habe liegen lassen hier liegt noch ein maiskölbchen kann man aber auch da liegen lassen und da sind wieder kühe die sehen aber sehr zufrieden aus ich bin auch sehr zufrieden mit meiner armbrust muss ich sagen aber das highlight wäre natürlich wenn wir noch ein paar sandpanzer bekommen wir laufen einfach mal jetzt hier quer rüber irgendwie so ich werde gleich ein bogen nach rechts schlagen und dann kommen wir wieder bei unseren dörfchen an wenn man ein bisschen vor uns hin laufen vielleicht finden wir noch ein wolf und noch ein sandpanzer sieht echt rar aus oder zumindest die verhalten sich heute echt rar zumindest haben wir ein wolf mit ordentlich klauen gefunden weil hier muss man schon suchen um die ressourcen zu bekommen naja wir haben ja zeit so wenn mal schauen warte da unten müssen wir hin das heißt ich würde einfach mal hier so am rand runter laufen na da oben ist ein vieh ach das ist nur ein huhn und sah ein bisschen aus wie ein skorpion kann sein dass der sich in die ins erdreich zurückgezogen hat wird schon wieder nacht nicht das kann sein dass hier gerade erst tag geworden das wäre ja ein extrem kurzer tag oder ist auch noch so eine größere siedlung ich glaube aber so wertvoll waren die ressourcen nicht obwohl die kiste da oben sah schon sah schon verlockend aus wir merken uns das einfach mal jetzt würde ich ganz gerne mich mal auf den sandpanzer fokussieren und dann können wir eventuell schon stoff upgraden es kann sein dass wir noch was anderes dafür brauchen ach wir wollten ja erst die werkbank upgraden darum ging es und dafür brauchen unbedingt noch mindestens ein sandpanzer ich glaube zwei haben nicht gereicht wir werden ihn finden früher oder später werden wir angegriffen na das sind auch noch schilis haben schade eigentlich hatte die hoffnung dass es so ein vieh ist sandklaue her damit die braucht man doch auch reichlich und himbeeren nehmen natürlich auch gerne auf immer gut von vielen himbeeren umgeben zu sein dass man so ein explosiv sondern dass die finden mal in hülle und füge heute die hau mit drauf wie bist du denn schon wieder hin immer einen schritt zurück beim kämpfen ich verstehe das würde ich auch so machen sollen die dies können vorwärts gehen oh desperados weg mit euch ja haut hier gar nicht zurück jetzt schauen wir zurück das tut ja wie ich sollte auch wieder mehr ausweichen hey wo nicht nicht mit dynamit werfen der hätte mich fast ausgeschalten dann nehmen wir mal diesen schönen survival burger pikante burger hoffentlich wird mir dadurch nicht richtig warm na das hat doch was gebracht oder ist noch einer tabby oder sollte ich eher sagen stabby da machst du gut mit dem schwert wenn du dann mal kämpfst pikante burger was macht er eigentlich selten frostresistenz gibt der glaube deswegen ist das icon da oben so sowohl der brauche ich nicht ich brauche nur noch sandpanzer so die armbrust kann man natürlich auch noch auf brauchen dann ist ein inventar platz mehr frei was bist denn du einfach so steht hier ein lama drum entschuldigung ich wollte streicheln ich wollte streichen entschuldigung jetzt ist zu spät auch nicht schlecht riko armbrust das ist aber eine bessere armbrust als sie die ich habe denke ich zumindest auch nie doch ist eine aus erlesenem material was haben wir hier noch dicke wolle schlürf pilz brauche ich nicht wolle käse das ist ja käse dass ich so wenig platze aber schon mal käse im inventar nicht nur an den füßen das ist doch wunderschön an dem ganzen rumgelaufen da sind noch mal cowboys da bin ich gerade bisschen skeptisch weil da hat einer wieder dynamit das hat mich vorhin fast erwischt ganz schön gefährlich der typ nein ich habe wieder eine fackel geworfen ein glück habe ich so viel davon ein glück habe ich so viel davon was bist du schneebeeren shake ich auch noch nicht wieso habt ihr das ganze gute zeug hier was werfen wir dafür weg nicht noch eine fackel auch hier 18 knochen ja mit dem schneebeeren shake nein die wüste hört auf sandpanzer sandpanzer komm schon wohl alle deine freunde hier und da hinten ist noch ein wolf das ist ja wunderbar wie viel haben wir davon jetzt vier ich weiß leider nicht mehr ob es vier oder fünf oder eine ganz andere zahl war da müssen wir uns überraschen lassen ich könnte auch kurz googeln aber wir lassen uns überraschen tabby ich habe kaum leben ich muss kurz was essen wie ist das denn passiert ach weil mir warm ist das das ist aber richtig so das wäre beinah schief gegangen hier hätte mal alles wiederholen müssen wie weit sind wir überhaupt entfernt relativ weit weil ich komplett in die falsche richtung latsche da geht es anscheinend lang na gut wir haben sie ja letzten endes rausgefunden noch so ein schöner bekannter burger ist auch interessant das deck nicht sondern setzt den counter meiner frost resistenz einfach nur ein bisschen zurück du kommst aber auch aus dem nichts hier wollte doch mein schwert ausrüsten und du explodierst oder na also wusste ich doch zumindest dass die skorpione explodieren was leuchtet denn da so schön blau ach das ist dieses seltene holz weichholz das kann man noch nicht schlagen pfeile kommen raus weichholz kommt rein glaubt mit dynamit oder so hätten man da vielleicht auch eine chance das gibt mir ideen für später jetzt wollen wir aber erstmal eine richtung darauf zurück ich glaube wenn man genügend sandpanzer haben habe ich erst mal genug von der wüste und es wird ja auch noch zeit den schönen schneeberg dazu in erkunden chilies hammer auf jeden fall in hülle und fülle und seht mal was vor uns liegt noch ein sandpanzer her damit nicht weg laufen und nicht rollen auf mich das kann ich gar nicht aussehen dann nehme ich immer so viel schaden habe ich dich aufgenommen ja ich habe fünf stück im inventar und hier ist ja eine richtig schöne oase das habe ich vorhin gemeint so ein kleiner see hier in mitten der wüste hat noch gefehlt schön zum abkühlen fackel ging auch wieder an also kann es nicht so nass gewesen sein so wir laufen fast in die richtige richtung ich glaube da geht es lang ich bin mir fast sicher mensch normalerweise würde ich sagen ich habe überdurchschnittlich guten orientierung sind nach der episode kann ich das nicht mehr behaupten so oft in die falsche richtung marschiert ist egal wir kommen an ja einfach geradeaus und dann rechts und dann sind wir schon da ort die kateen sehen hier aber fies aus die würde ich ungern anfassen also hier ist er sehr stachelig ist doch schmerzhaft so vielleicht reicht es um da hoch zu kommen das hat leider nicht gereicht aber es hat zumindest gereicht um einen weg zu finden wer bist denn du nicht angreifen ja nicht mit mir ja viel leben ja viel leben tabby was machst du da hinten die hat echt gewartet bis ich sie anstarren während ich hier umrinken von sechs feinden wartet die da einfach das geht aber eine b note oder abzug in der b note auf dem arbeitszeugnis hier so noch mal schneebären shake ich glaube der wird sogar gegen die wärme helfen aber so schlimm finde ich gar nicht ich finde es ganz schön manchmal muss man ja auch die sonne genießen so sandpanzer sehe ich weit und breit keine mehr und wir sind auf dem richtigen weg auf dem sandweg und nicht auf dem holzweg wenn ich mich recht erinnere war vor uns in dieser senke aber noch ein dino zumindest in einer ganz früheren episode ist aber egal dem weich man einfach aus das teilen mit explosionskern macht man ja ist ja dem weich man natürlich nicht aus dem macht man einfach den gar aus so und dann sollte man nach dem hügel endlich diese diesen hölle schwarm platz verlassen da muss ich auch nicht burger nach burger in mich rein schieben damit ich bei gesundheit und in stimmung bleibe ist besser bisschen moderates klima das das gefällt mir schon oder wäre noch so ein ding mit springkern dich hätte ich noch gern was habe ich denn ausgerüstet nein noch eine fackel geworfen ach keine munition hier habe ich auch muss gar nicht dass du sowas kannst und noch ein sandwölfchen so gesundheit reicht ich weiß nicht was ich soll früher ausweichen ich habe schon mal besser gekämpft habe ich in erinnerung naja egal wir haben es gleich aus diesem brutalen gebiet raus geschafft sehen ob unsere exkursion hier früchte trägt indem wir die werkbank upgraden können und mit dem werkbank upgrade können wir wahrscheinlich die neue axt machen definitiv ich war hier mit der furchtbaren treppenplanung da genau ob unsere arbeit früchte getragen hat indem wir die werkbank upgraden und da müsste die spitzhacke nicht die spitzhacke die axt drin sein mit dem wir hier die karteien fällen können und da gibt es dieses wunderschöne grüne holz das uns weiter hilft in der zukunft ein sandwolf und ein normaler wolf tabi ach du hast nur noch eine spitzhacke ja der schwert ist wahrscheinlich auch schon drauf gegangen da muss ich hier wirklich das gilt ausweichen kann schon woher ist so viel aus kollege kommen wieso bin ich denn gerade so niedrig hat sich okay wir haben noch zwei fackeln irgendwie habe ich es heute nicht drauf den wolf war ich tatsächlich mal aus mein schwert hält auch nicht mehr so viel schläge aus aber erst mal hoch essen erst mal hoch essen jetzt sieht das ganze doch schon besser aus so einmal noch auf die karte sehen und dann müssten wir tatsächlich gleich da sein seht zu unserer linken den einfach noch kurz halb umrunden oder viertel umrunden und schon sind wir in unserem schönen dorf na komm rennen rennen als ob du rausfinden rausfinden wollen würdest ob das mit der werkbank jetzt klappt will nicht noch mal in die wüste heute erreicht ach ihr seid ja nur die spinnen er explodiert ja nicht ihr tut nur ein bisschen weh wenn ihr beißt das ist in Ordnung da kann sich tabi im alleingang drum kümmern da muss ich nicht helfen normaler panzer will auch auf gesammelt werden kann ich glaube gerade gar nicht auch doch hat noch gepasst irgendwo war ein slot im inventar wo das perfekt reingepasst hat und da ist ja schon unsere furchtbare ansammlung an beginner boden und unsere schönen häuser da sollte man auch unbedingt mal ran dass wir die abreißen und da weitere schöne häuser platzieren mit dem farm sollten wir auch mal anfangen zumindest bisschen schafe und kühe zusammentreiben einsäuen und all das nach wer hat da denn fragezeichen ein skelett zwei skelette sprinten nicht möglich weil ich zu viel burger gegessen haben das kind nicht so irgendwer wussten meine bieberstatue da und wer bist du genau hallo in meiner welt nennen sie mich bauernmarkt aber du kannst mich dener nennen und hier interessanter spitzname es ist immer super ein neues gesicht zu treffen das finde ich auch bla 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 du siehst mich wirklich aus dich brauche ich nicht unbedingt im dorf du siehst zu qualifiziert aus so sofort aufrüstung haben wir das schon gemacht bin ich komplett doof brauchen hat es dann nur fürs dorf aufwerten weichholz obsidien geschliffener bernstein wieso sind meine werkbank schon abgegradet habe ich das dann für eine bessere achs gebraucht waldachs grün waldachs braun granit ich bin etwas überfordert anscheinend ist sie schon aufgerüstet wir brauchen kupfer bahn obsidien tafel vielleicht muss ich noch was anderes upgraden wir haben auf jeden fall wunderbare ressourcen gesammelt die werden weiterhelfen mit der wüste war es glaubt das erst mal weil wir echt viel zeug im inventar haben da hinten leuchtet das so schön lasst uns noch mal raus finden was das ist ich glaube das ist ein fishing spot vielleicht gibt es da legendäre fische oder was auch immer sich epic dabei ausgedacht hat und unsere türme zumindest der hier mit den fackeln sieht echt klasse aus und den dahinter sieht man leider kaum aber er ist da da müsst ihr mir einfach vertrauen na gut dann würde ich erstmal sagen das reicht schon für die episode ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal